herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele immer wieder mechareda und ich spiele heute schnelles match in 2 gegen 2 viel spaß ok die erste runde geht los und Das war's für heute. Der ist auch drin, ey, das läuft hier. Okay, der war beinahe auch drin gewesen, egal, es läuft, ähm, jetzt nehmen wir ihn hier. Ah, du, 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 du. Der war beinahe! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und die zweite Folgst du gleich Ok doki Die nächste Runde geht los Free ist mein Gegner Oh, da war einer mit Elektrostro... Nein, nicht so einer Oh, da war einer mit Elektrostro-ZDF für funk, 2017 Also die Runde werde ich Haushoch verlieren Wirklich Und da bin ich Ach je Oh, da war ich ein Zeichenkühl Ja Das war die erste Runde Oh, da war ich Oh, da war ich Oh, da war ich Noob Identified Killing Spree Humiliation Oh, ja, klar Hmm 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 Verloren 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 Ach je Hey, warum bin ich nicht da? Ich hab doch mit meinen zwei Stück gekillt Naja, egal Da würde ich mal sagen, wir gehen in die nächste Runde rein, die ich hoffe besser läuft, die eigentlich schon die vierte Runde geht los, den gerade habe ich gelöscht, weil mein Internet weg war. Also sprich, ich habe eine halbe Runde gespielt, eine Runde habe ich gespielt, gewonnen, die zweite verloren und bei der dritten mit den Drillen war auf einmal Internet weg. Noob Identified Humiliation Na Player, willst du dich mal angreifen? Ich glaube der Player nimmt jetzt keine Raketenwerfer, dann nehme ich ihn. Das war knapp. Okay. 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 ist das nicht gut dann werde ich jetzt mal sagen mit so ein schönes ende werde ich heute aufhören und sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen wenn ihr auf den nächsten Video seid bis zum nächsten Mal, viel Spaß und hoffe wir das sehen Tschüss